Wie sieht mein Alltag aus und was ich den ganzen Tag mache? Hallo zusammen, ich bin Dominik. Ich bin lernende Lebensmitteltechnologe in der OHG Grennichen. Heute zeige ich euch, wie mein Alltag aussieht und was ich so den ganzen Tag mache. Kümmern mit! Jetzt wird der Knettprozess eingeleitet. Der Teig wird von unserem Knetter geknettet und dann wird die Weiterverarbeitung bereitgestellt. Was ist die Lebensmitteltechnologie? Als Lebensmitteltechnologen muss man gut mit anderen Leuten umgehen können. Man muss das Gefühl für das Produkt haben, man muss hygienisch sein, aber auch flexibel. Was ist die Lebensmitteltechnologie? Nach dem Backen analysieren wir unser Brot. Das heisst, wir nehmen die verschiedenen Masse. Natürlich darf man auch noch eine kleine Geschmacksprache nehmen. Was ist die Lebensmitteltechnologie? Mein späteres Ziel ist es, Ernährung studieren. Jedoch kann man auch einen anderen Weg einschlagen. Wie zum Beispiel zur Qualitätssicherung oder ins Prozessmanagement. Ich hoffe, ihr habt jetzt etwas über meinen Beruf gesehen. Ihr habt auch etwas mitnehmen können. Und wer weiss, vielleicht kann ich den einen oder anderen ja mal als meinen Arbeitskollegen begrüssen. Tschüss zusammen!